So langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu und ich darf dich hier ganz herzlich begrüßen zum fünften Rauhnachtsimpuls für den Mai 2020. Ja, der Mai ist gekommen und lass uns schauen, wohin dich der Tanz bringt. Und die Königin der Scheiben lädt dich ein, deinen Selbstwert zu feiern. Deine Erfüllung, deine Fruchtbarkeit, deinen Körper, all das Materielle, was dich auch ausmacht. Denn wir wissen ja, dass wir nicht nur Seele sind, sondern eben auch als Körper hierher gekommen sind, um Erfahrungen zu machen. Und der Mai lädt dich ein und auch die Königin der Scheiben lädt dich ein, aus deinen Selbstzweifeln herauszugehen. Deinen Körper nicht mehr so stark zu bewerten, wie du das vielleicht bisher getan hast. Gönne dir etwas Gutes, treibe Sport, schau, dass du in Bewegung kommst. Und wenn du nur spazieren gehst oder durch deinen Garten tanzt, all das wird die Energien ein Stück weit auflockern. Und der Stern zeigt noch zu dem an, dass durch diese Bewegung, durch dieses in deinem Körper Ankommen ganz viel Licht und ganz viel Seelenlicht und auch Erkenntnis zu dir kommt, die dir noch mal mehr Klarheit bringen, wo sich vielleicht bisher einfach die Zweifel gezeigt haben. Erlaube nicht mehr, dass dieses innere Zweifeln an dir nagt. Erlaube dir wirklich, die Gottgeschenke anzunehmen. Ja, und auch dein Körper ist eben solch ein Gottgeschenk. Und Erzengel Sandalfon erinnert dich daran. Wir Engel bringen dir Geschenke deines Schöpfers. Öffne deine Arme, um zu empfangen. Und auch die Königin der Scheiben spricht ja hier von Fülle, von Erfülltsein, von gewisser Art von Reichtum eben auch. Und mit dem Stern ist auch noch mal dieses Sterntalergefühl. Glaube daran, dass du das verdient hast. Und vielleicht heilst du auch hier direkt mal deine Wertvorstellungen und deine Bewertungen in Bezug auf Geld und materielle Fülle. Denn auch das darf geheilt werden. Auch das darf jetzt in Frieden kommen, damit du empfangen kannst und die Gottesgeschenke nicht an dir vorüberziehen. Ja, der Mai mit seiner ganzen Fülle erwartet dich.